Chibo eröffnet die Grillsaison. Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie die perfekten Burger grillen. Meisterklasse! Für leckere Burger verwenden Sie am besten mageres, gesalzenes Rinderhack. Unser Burgerformer bringt dabei das Hack in die perfekte Form und mit dem Burgergriller können Sie vier Burger gleichzeitig grillen. Funktioniert übrigens auch mit Gemüseburgern. Beim Grillanzünden hilft Ihnen übrigens unser Anzündkamin. Sobald die Grillkohle gut durchgeglüht ist und sich grau verfärbt hat, können die Burger auf den Rost gelegt werden. Aber was wäre ein Burger ohne seine Brötchen? Nur halb so lecker! Deswegen rösten Sie doch gleich die Brötchen mit, direkt neben den Burgern, auf unserem Grillbrotröster. Die Burger nun von der einen Seite vier Minuten grillen. Und dann mit einem Handschlag. Alle vier Burger wenden. Praktisch, oder? Sie mögen gerne geschmolzenen Käse auf Ihrem Burger? Kein Problem! Mit unserem Käsepfändchen. Einfach mit auf den Rost stellen und alles nochmal vier weitere Minuten grillen. Fertig! Beim Belegen der Burger ist alles erlaubt, was schmeckt. Und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit! Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020